Die polnische Post Ich schlief in einem Wäschekorb voller Briefe, die nach Lodz, Lublin, Lov, Turun, Krakau und Czestochowa hinwollten, die von Lodz, Lublin, Lemberg, Thorn, Krakau und Czestochow herkamen. Ich träumte aber weder von der Matka Boska Czestochowska noch von der schwarzen Madonna, knabberte weder träumend an Marschallek Pilsutzkis in Krakau aufbewahrtem Herzen noch an jenen Lebkuchen, die die Stadt Thorn so berühmt gemacht haben. Nicht einmal von meiner immer noch nicht reparierten Trommel träumte ich. Traumlos auf Briefen in rollbarem Wäschekorb liegend vernahm Oskar nichts von jenem Wispern, Zischeln, Plaudern, von jenen Indiskretionen, die angeblich laut werden sollen, wenn viele Briefe auf einem Haufen liegen. Mir sagten die Briefe kein Wörtchen. Ich hatte keine Post zu erwarten. Niemand durfte in mir einen Empfänger oder gar Absender sehen. Selbstherrlich schlief ich mit eingezogener Antenne auf einem Berg Post, der nachrichtenträchtig die Welt hätte bedeuten können. So weckte mich verständlicherweise nicht jener Brief, den irgendein Pan Lech Mlewczyk aus Warschau seiner Nichte in Danzig-Szydlitz schrieb, ein Brief also alarmierend genug, um eine tausendjährige Schildkröte wecken zu können. Mich weckte entweder nahes Maschinengewehrfeuer oder die fernen, nachgerollenden Salven aus den Doppeltürmen der Linienschiffe im Freihafen. Das schreibt sich so leicht hin. Maschinengewehre, Doppeltürme. Hätte es nicht auch ein platzregen Hagelschauer, der Aufmarsch eines spätsommerlichen Gewitters ähnlich jenem Gewitter anlässlich meiner Geburt sein können? Ich war zu verschlafen, derlei Spekulationen nicht mächtig und folgerte, noch die Geräusche im Ohr bewahrend, treffend und wie alle Verschlafenen die Situation direkt beim Namen nennend, jetzt schießen sie. Kaum aus dem Wesselkorb geklettert, noch unsicher in den Sandalen stehend, besorgte Oskar sich um das Wohl seiner empfindlichen Trommel. Mit beiden Händen grub er jenem Korb, der seinen Schlaf beherbergt hatte, ein Loch, in dem zwar locker, aber verschachtelt geschichteten Briefen ging jedoch nicht brutal vor, in dem er zerriss, knickte oder gar entwertete. Nein, vorsichtig löste ich die miteinander verfilzte Post, trug jeder der zumeist Violetten, mit dem Postapolzka-Stempel bedachten Briefe, sogar Postkarten-Sorge gab Acht, dass sich kein Kuvert öffnete, denn selbst angesichts unabwendbarer, alles verändernder Ereignisse sollte das Postgeheimnis immer gewahrt bleiben. Im selben Maße, wie das Maschinengewehrfeuer zunahm, weitete sich der Trichter in jenem Wäschekorb voller Briefe. Endlich ließ ich es genug sein, bettete meine todkranke Trommel in dem frisch aufgeworfenen Lager, bedeckte sie dicht, nicht nur dreifach, nein, zehn- bis zwanzigfach, auf ähnliche Art verzahnt mit den Umschlägen, wie maure Ziegel fügen, wenn es gilt, eine stabile Wand zu errichten. Kaum hatte ich diese Vorsichtsmaßnahme, von der ich mir Splitter- und Kugelschutz für mein Blech erhoffen durfte, beendet, als an der Fassade das Postgebäude zum Hewiljusplatz hin begrenzte, etwa in Höhe der Schalterhalle, die erste Panzerabwehrgranate detonierte. Die polnische Post, ein massiver Ziegelbau, durfte getrost eine Anzahl dieser Einschläge hinnehmen, ohne befürchten zu müssen, dass es den Leuten der Heimwehr gelänge, kurses Spiel zu machen, schnell eine Bresche zu schlagen, breit genug für einen frontalen, oft exerzierten Sturmangriff. Ich verließ meinen sicheren, fensterlosen, von drei Büroräumen und den Korridor der ersten Etage eingeschlossenen Lagerraum für Briefsendungen, um nach Jan Bronski zu schauen. Wenn ich nach meinem mutmaßlichen Vater Jan Ausschau hielt, suchte ich selbstverständlich und fast mit noch größerer Begierde den invaliden Hausmeister Kopiella. War ich doch am Vorabend mit der Straßenbahn auf mein Abendessen verzichtend in die Stadt, zum Hewiljusplatz und hinein in jenes mir sonst gleichgültige Postgebäude gekommen, um meine Trommel reparieren zu lassen. Wenn ich also den Hausmeister nicht rechtzeitig, das heißt vor dem mit Sicherheit zu erwartenden Sturmangriff fand, war an eine sorgfältige Befestigung meines haltlosen Bleches kaum noch zu denken. Oskar suchte also den Jan und meinte den Kopiella. Mehrmals durchmaß er mit auf der Brüste kreuzten Armen den langen, gefließten Korridor, blieb aber mit seinem Schritt alleine. Zwar unterschied er einzelne, sicher vom Postgebäude aus abgegebene Gewehrschüsse von der anhaltenden Munitionsvergeudung der Heimwehrleute, aber die sparsamen Schützen mussten in ihren Büroräumen die Poststempel gegen andere gleichfalls stempelnde Instrumente ausgetauscht haben. Im Korridor stand, lag oder hielt sich keine Bereitschaft für einen eventuellen Gegenangriff bereit. Da patrouillierte nur Oskar, war wehrlos und ohne Trommel dem geschichtemachenden Introitus einer viel zu frühen Morgenstunde ausgesetzt, die allenfalls Blei, aber kein Gold im Munde trug. Auch in den Büroräumen zum Posthof hin fand ich keine Menschenseele. Leichtsinn, stellte ich fest. Man hätte das Gebäude auch in Richtung Schneidemühlengasse sichern müssen. Das dort liegende Polizeirevier, durch einen bloßen Bretterzaun vom Posthof und der Paketrampe getrennt bildete eine so günstige Angriffsposition, wie sie nur noch im Bilderbuch zu finden sein mag. Ich klapperte die Büroräume, den Raum für eingeschriebene Sendungen, den Raum der Geldbriefträger, die Lohnkasse, die Telegrammannahme ab. Da lagen sie. Hinter Panzerplatten und Sandsäcken, hinter umgestürzten Büromöbel lagen sie stockend, fast sparsam schießend. In den meisten Räumen hatten schon einige Fensterscheiben Bekanntschaft mit den Maschinengewehren der Heimwehr gemacht. Flüchtig besah ich mir den Schaden und stellte mit jenem Fensterglas Vergleiche an, das unter dem Eindruck meiner diamantenen Stimme in ruhig-tiefatmenden Friedenszeiten zusammengebrochen war. Nun, wenn man von mir einen Beitrag zur Verteidigung der polnischen Post forderte, wenn etwa jener kleine, drahtige Doktor Michon nicht als postalischer, sondern als militärischer Direktor der Post an mich herantrete, um mich vereidigend in Polens Dienste zu nehmen, an meiner Stimme sollte es nicht fehlen. Für Polen und Polens wildblühende und dennoch immer wieder Früchte tragende Wirtschaft hätte ich gerne die Scheiben aller gegenüberliegenden Häuser am Heveliusplatz, die Verglasung der Häuser am Rehm, die gläserne Flucht an der Schneidemühlengasse inklusive Polizeirevier und fernwirkenden je zuvor die schön geputzten Fensterscheiben des altstädtischen Grabens und der Rittergasse binnen Minuten zu schwarzen, zugluftfördernden Löchern gemacht. Das hätte Verwirrung unter den Leuten der Heimwehr, auch unter den zuguckenden Bürgern gestiftet. Das hätte den Effekt mehrerer schwererer Maschinengewehre gehabt. Das hätte schon zu Anfang des Krieges an Wunderwaffen glauben lassen. Das hätte dennoch nicht die polnische Post gerettet. Oskar kam nicht zum Einsatz. Jener Doktor Michon mit dem polnischen Stahlhelm auf dem Direktorenkopf vereidigte mich nicht, sondern gab mir, als die Treppe zur Schalterhalle hinunterhastete, ihm zwischen die Beine lief eine schmerzhafte Ohrfeige, um gleich nach dem Schlag laut und polnisch fluchend abermals seinen Verteidigungsgeschäften nachzugehen. Mir blieb nichts anderes übrig, als den Schlag hinzunehmen. Die Leute, mithin auch der Doktor Michon, der schließlich die Verantwortung trug, waren aufgeregt, fürchteten sich und konnten als entschuldigt gelten. Die Uhr in der Schalterhalle sagte mir, dass es 20 nach 4 war. Als es 21 nach 4 war, konnte ich annehmen, dass die ersten Kampfhandlungen dem Uhrwerk keinen Schaden zugefügt hatten. Sie ging, und ich wusste nicht, ob ich diesen Gleichmut der Zeit als schlechtes oder gutes Zeichen werten sollte. Jedenfalls blieb ich vorerst in der Schalterhalle, suchte Jan und Kopiella, ging dem Doktor Michon aus dem Wege, fand weder den Onkel noch den Hausmeister, stellte Schäden an der Verglasung der Halle fest, auch Sprünge und hässliche Lücken im Putz neben dem Hauptportal und durfte Zeuge sein, als man die ersten zwei Verwundeten herbeitrug. Der eine, ein älterer Herr, mit immer noch sorgfältig, gescheiteltem Grauhaar, sprach ständig und erregt, während man den Streifschuss an seinem rechten Oberarm verbannt. Kaum hatte man die leichte Wunde weiß eingewickelt, wollte er aufspringen, nach seinem Gewehr greifen und sich abermals hinter die wohl doch nicht kugelsicheren Sandsäcke werfen. Wie gut, dass ein leichter, durch starken Blutverlust verursachter Schwächeanfall ihn wieder zu Boden zwang und ihm jene Ruhe befahl, unter die ein älterer Herr kurz nach einer Verwundung nicht zu Kräften kommt. Zudem gab ihm der kleine, nervige Fünfziger, der einen Stahlhelm trug, aber aus zivilem Brusthäschchen das Dreieck eines Kavaliertaschentuches hervorlugen ließ, dieser Herr mit den noblen Bewegungen eines beamteten Ritters, der Doktor war und Michon hieß, der Jan Brunski am Vorabend streng ins Verhör genommen hatte, gab dem älteren, blassierten Herren den Befehl, im Namen Polens Ruhe zu bewahren. Der zweite Verwundete lag schwer atmend auf einem Strohsack und zeigte kein Verlangen mehr nach den Sandsäcken. In regelmäßigen Abständen schrie er laut und ohne Scham, weil er einen Bauchschuss hatte. Gerade wollte Oskar noch einmal die Reihe der Männer hinter den Sandsäcken inspizieren, um endlich auf seine Leute zu treffen. Da ließen zwei fast gleichzeitige Granateinschläge über und neben dem Hauptportal die Schalterhalle klirren. Die Schränke, die man vor das Portal gerückt hatte, sprangen auf und gaben Stöße gehefteter Akten frei, die dann auch richtig aufflatteten, den ordentlichen Halt verloren, um auf den Fliesen landend und gleitend Zettel zu berühren und zu decken, wie sie im Sinne einer sachgemäßen Buchhaltung nie hätten kennenlernen dürfen. Unnütz zu sagen, das restliches Fensterglas splitterte, das größere und kleinere Feld der Putz von den Wänden und von der Decke fielen. Man schleppte einen weiteren Verbundeten durch Gips und Kalkwolken in die Mitte des Raumes, dann jedoch, auf Befehl des Stahlhelmes Dr. Michon, die Treppe hinauf ins erste Stockwerk. Oskar folgte den Männern mit dem von Stufe zu Stufe aufstöhnenden Postbeamten, ohne dass ihn jemand zurückrief, zur Rede stellte oder gar, wie es kurz zuvor der Michon für nötig befunden hatte, mit grober Männerhand ohrfeigte. Allerdings gab er sich auch Mühe, keinem der Erwachsenen zwischen die Postverteidigerbeine zu laufen. Als ich hinter den langsam die Treppe bewältigenden Männern das erste Stockwerk erreichte, bestätigte sich meine Ahnung. Man brachte den Verwundeten in jenen fensterlosen und deshalb sicheren Lagerraum für Briefsendungen, den ich eigentlich für mich reserviert hatte. Auch glaubte man, da es an Matratzen mangelte, in den Briefkörben zwar zu kurze, aber immerhin weiche Unterlagen für die Blessierten zu finden. Schon bereute ich, meine Trommel in einem dieser rollbaren Wäschekörbe voller unbestellbarer Post eingemietet zu haben. Würde das Blut dieser aufgerissenen, durchlöcherten Briefträger und Schalterbeamten nicht durch die zehn oder zwanzig Papierlaken hindurchsickern und meinem Blech eine Farbe geben, die es bisher nur als Lackanstrich gekannt hatte? Was hatte meine Trommel mit dem Blute Polens gemeinsam? Mochten sie ihre Akten und Löschblätter mit dem Saft färben? Mochten sie doch das Blau aus ihren Tintenfässern stürzen und mit Rot nachfüllen? Mochten sie doch ihre Taschentücher, weißen, gestärkten Hemden zur gut polnischen Hälfte röten? Schließlich ging es um Polen und nicht um meine Trommel. Wenn es ihnen schon darauf ankam, dass Polen, wenn verloren, dann weiß-rot verloren gehe, muss dann meine Trommel verdächtig genug durch den frischen Anstrich gleichfalls verloren gehen? Langsam setzte sich in mir der Gedanke fest, es geht gar nicht um Polen. Es geht um mein verbogenes Blech. Jan hatte mich in die Post gelockt, um den Beamten, den Polen als Fanal nicht ausreichte, ein zündendes Feldzeichen zu bringen. Nachts, während ich in dem rollbaren Briefkorb schlief, doch weder rollte noch träumte, hatte es sich die wachsenden Postbeamten wie eine Parole zugeflüstert. Eine sterbende Kindertrommel hat bei uns Zuflucht gesucht. Wir sind Polen, wir müssen sie schützen, zumal England und Frankreich einen Garantievertrag mit uns abgeschlossen haben. Während mir derlei unnützabstrakte Überlegungen vor der halboffenen Tür des Lagerraumes für Briefsendungen die Handlungsfreiheit beschränkten, wurde im Posthof erstmals Maschinengewehrfeuer laut. Wie von mir vorausgesagt, wagte die Heimwehr ihren ersten Angriff vom Polizeirevier aus an der Schneidemühlengasse. Kurz darauf hob es uns allen die Füße. Es war denen von der Heimwehr gelungen, die Tür zum Paketraum oberhalb der Verladerampe für die Postautos in die Luft zu sprengen. Gleich darauf waren sie im Paketraum, dann in der Paketannahme, die Tür zum Korridor, der zur Schalterhalle führte, stand schon offen. Die Männer, die den Verwundeten hochgeschleppt und in jedem Briefkorb gebettet hatten, der meine Trommel barg, stürzten davon, andere folgten ihnen. Dem Lärm nach schloss ich, man kämpfe im Korridor des Parterre, dann in der Paketannahme. Die Heimwehr musste sich zurückziehen. Zögert erst, doch dann bewusster betrat Oskar den Lagerraum für die Briefe. Der Verwundete hatte ein gelb-graues Gesicht, zeigte die Zähne und arbeitete mit den Augäpfeln hinter geschlossenen Lidern. Fädenzähendes Blut spuckte er. Da ihm der Kopf jedoch über den Rand des Briefkorbes hing, bestand wenig Gefahr, dass er die Postsendungen besudelte. Oskar musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um in den Korb langen zu können. Das Gesäß des Mannes wuchtete genau dort, wo seine Trommel begraben lag. Es gelang Oskar erst vorsichtig auf den Mann und die Briefe rücksichtnehmend, dann kräftig ziehend, schließlich reißend und fetzend, mehrere Dutzend Umschläge unter dem Stöhnenden hervorzuklauben. Heute möchte ich sagen, ich spürte schon den Rand meiner Trommel. Da stürmten Männer die Treppe hoch, den Korridor entlang. Sie kamen zurück, hatten die Heimwehr aus dem Paketraum vertrieben, waren vorerst Sieger, ich hörte sie lachen. Hinter einem, der Briefkörbe versteckt, wartete ich nahe der Tür, bis die Männer bei den Verwundeten waren. Zuerst laut redend und gestikulierend, dann leise fluchend, verbanden sie ihn. In Höhe der Schalterhalle schlugen zwei Panzerabwehrgranaten ein, abermals zwei, dann Stille. Die Salven der Linienschiffe im Freihafen, der Westerplatte gegenüber, rollten fern, gutmütig brummend und gleichmäßig. Man gewöhnte sich daran. Ohne von den Männern bei den Verwundeten bemerkt zu werden, verdrückte ich mich aus dem Lagerraum für Briefsendungen, ließ meine Trommel im Stich und machte mich abermals auf die Suche nach Jan, meinem mutmaßlichen Vater und Onkel, auch nach dem Hausmeister Kobiela. In der zweiten Etage befand sich die Dienstwohnung des Oberpostsekretärs Natschalnik, der seine Familie rechtzeitig nach Bromberg oder Warschau geschickt haben mochte. Zuerst suchte ich einige Magazinräume zur Posthofseite ab und fand dann Jan und den Kobiela im Kinderzimmer der Natschalnikschen Dienstwohnung. Ein freundlicher, heller Raum mit lustiger, leider an einigen Stellen durch verirrte Gewehrkugeln verletzter Tapete. Hinter zwei Fenster hätte man sich in friedlichen Zeiten stellen können, hätte den Heveliusplatz beobachtend seinen Spaß gehabt. Ein auch unverletztes Schaukelpferd, diverse Bälle, eine Ritterburg voller umgestürzter Bleisoldaten zu Fuß und zu Pferde, ein aufgeklappter Pappkarton voller Eisenbahnschienen und Güterwagenminiaturen, mehrere, mehr oder weniger mitgenommene Puppen, Puppenstuben, in denen Unordnung herrschte, kurz ein Überangebot an Spielzeug verriet, dass der Oberpostsekretär Natschalnik Vater zweier reichlich verwöhnter Kinder, eines Jungen und eines Mädchens sein musste. Wie gut, dass die Göre nach Warschau evakuiert worden waren, dass mir eine Begegnung mit ähnlichem Geschwisterpaar, wie ich es von den Bronskis her kannte, erspart blieb. Mit leichter Schadenfreude stellte ich mir vor, wie es dem Bengel des Oberpostsekretärs Leid getan haben mochte, von seinem Kinderparadies voller Bleisoldaten Abschied nehmen zu müssen. Vielleicht hatte er sich einige Ulanen in die Hosentasche gesteckt, um späterhin bei den Kämpfen um die Festung Modlin die polnische Kavallerie verstärken zu können. Oskar redet zu viel von Bleisoldaten und kann sich dennoch nicht an dem Geständnis vorbeidrücken, auf dem obersten Tablar eines Gestelles für Spielzeug, Bilderbücher und Gesellschaftsspiele reiten sich Musikinstrumente in kleinem Format. Eine honiggelbe Trompete stand tonlos neben einem den Kampfhandlungen gehorchenden, das heißt bei jedem Granateneinschlag bimmelnden Glockenspiel. Rechtsaußen zog sich schief und bunt bemalt eine Ziehharmonika in die Länge. Die Eltern waren überspannt genug gewesen, ihrem Nachwuchs eine richtige kleine Geige mit vier richtigen Geigenseiten zu schenken. Neben der Geige stand ihr weißes, unbeschäbtes rundzeigend, durch einige Bauklötze blockiert, so am Davonrollen gehindert, eine, man mag es nicht glauben wollen, weißrot gelackte Blechtrommel. Ich versuchte erst gar nicht, die Trommel mit eigener Kraft vom Gestell herunterzuziehen. Oskar war sich seiner beschränkten Reichweite bewusst und erlaubte sich in Fällen, da seine Gnobenhaftigkeit in Hilflosigkeit überschlug, Erwachsene, um Gefälligkeiten anzugehen. Jan Bronski und Kobiela lagen hinter Sandsäcken, die die unteren Drittel der bis zum Fußboden reichenden Fenster füllten. Jan gehörte das linke Fenster, Kobiela hatte rechts seinen Platz. Sofort begriff ich, dass der Hausmeister jetzt kaum die Zeit fände, meine Trommel, die unter dem blutspuckenden Verwundeten lag und sicherlich mehr und mehr zusammengedrückt wurde, hervorzuziehen und zu reparieren. Denn der Kobiela war vollauf beschäftigt. In regelmäßigen Abständen schoss er mit seinem Gewehr durch eine im Sandsackwall ausgesparte Lücke über den Heveliusplatz in Richtung Ecke Schneider-Mühlengasse, wo kurz vor der Radaunebrücke ein Packgeschütz Stellung bezogen hatte. Jan lag zusammengekauert, hielt den Kopf verborgen und zitterte. Ich erkannte ihn nur an seinem eleganten, nun jedoch mit Kalk und Sand bestäubten, dunkelgrauen Anzug. Die Schnürsenkel seines rechten, gleichfalls braunen Schuhes hatten sich gelöst. Ich bückte mich und band sie ihm zur Schleife. Als ich die Schleife anzog, zuckte Jan, schob sein viel zu blaues Augenpaar über den linken Ärmel und starrte mich unbegreiflich blau und wässrig an. Obgleich er, wie Oskar sich flüchtig prüfend überzeugte, nicht verwundet war, weinte er lautlos. Jan Bronski hatte Angst. Ich ignorierte sein Gefläne, wies auf die Blechtrommel des evakuierten Natschalnikschen Sohnes und forderte Jan mit deutlichen Bewegungen auf, bei aller Vorsicht und den toten Winkel des Kinderzimmers nutzend, sich an das Gestell heranzumachen, mir das Blech herunterzulangen. Mein Onkel verstand mich nicht. Mein mutmaßlicher Vater begriff mich nicht. Der Geliebte meiner armen Mama war mit seiner Angst so beschäftigt und ausgefüllt, dass meine ihn um Hilfe angehenden Gesten allenfalls geeignet waren, seine Angst zu steigern. Oskar hätte ihn anschreien mögen, musste aber befürchten vom Kopiella, der nur auf sein Gewehr zu hören schien, entdeckt zu werden. So legte ich mich links neben Jan hinter die Sandsäcke, drückte mich an ihn, um einen Teil meiner mir geläufigen Gleichmut auf den unglücklichen Onkel und mutmaßlichen Vater zu übertragen. Bald darauf wollte er mir auch etwas ruhiger vorkommen. Es gelangt meinem regelmäßig betonten Atem, seinem Puls eine ungefähre Regelmäßigkeit zu empfehlen. Als ich dann, allerdings viel zu früh, Jan ein zweites Mal auf die Blechtrommel des Natschalnik-Junior aufmerksam machte, indem ich seinen Kopf zwar langsam und sanft, schließlich bestimmt in Richtung des mit Spielzeug überladenen Holzgestelles zu drehen versuchte, verstand mich Jan abermals nicht. Angst besetzte ihn von unten nach oben, flutete von oben nach unten zurück, fand unten, vielleicht wegen der Schuhsohlen mit Einlagen, so starken Widerstand, dass die Angst sich Luft machen wollte, aber zurückprallte, über Magen, Milz und Leber flüchtend, in seinem armen Kopf der Gestalt Platz nahm, dass ihm die Blauaugen vorquollen und verzwickte Äderchen im Weiß zeigten, die Oskar, am Augapfel seines mutmaßlichen Vaters wahrzunehmen, zuvor nicht Gelegenheit gefunden hatte. Es kostete mich Mühe und Zeit, die Augäpfel des Onkels zurückzutreiben, seinem Herzen einigen Anstand beizubringen. All mein Fleiß im Dienste der Ästhetik war jedoch umsonst, als die Leute von der Heimwehr zum ersten Mal die mittlere Feldhaubitze einsetzten und in direktem Beschuss durchs Rohr visierend den Eisenzaun von dem Postgebäude flachlegten, indem sie einen Ziegelpfeiler nach dem anderen mit bewundernswerter Genauigkeit ein hohes Ausbildungsniveau verraten, ins Knie schlugen und zum Elbgültigen das Eisengitter mitreißenden Kniefall zwangen. Mein armer Onkel Jan erlebte jeden Sturz, der 15 bis 20 Pfeiler mit Herz und Seele und so leidenschaftlich betroffen mit, als stieße man nicht nur Sockel in den Staub, sondern hätte mit den Sockeln auch auf den Sockeln stehende imaginäre dem Onkel vertraute und lebensnotwendige Götterbilder gestürzt. Nur so lässt sich erklären, dass Jan jeden Treffer der Haubitze mit schrillem Schrei quittierte, der wäre er nur bewusster und gezielter geformt gewesen, gleich meinem glastötenden Schrei die Tugend eines scheibenschneidenden Diamanten gehabt hätte. Zwar schrie Jan inbrünstig, aber doch planlos und erreichte schließlich nur, dass der Kobieler seinen knorrigen, invaliden Hausmeisterkörper zu uns herüberwarf, seinen mageren, wimperlosen Vogelkopf hob und wässrig graue Pupillen über unsere Notgemeinschaft bewegte. Er schüttelte Jan. Jan wimmerte. Er öffnete ihm das Hemd, suchte hastig Jans Körper nach einer Verwundung ab. Fast hätte ich lachen müssen, drehte ihn dann, als ich auch nicht geringste Verletzung finden ließ, auf den Rücken, packte Jans Kinnlade, verschob die, ließ sie knacken, zwang Jans blaue Bronzgeblick, das wässrig graue Flackern der Kobieler Lichter auszuhalten, fluchte ihm polnisch und speichelsprühend ins Gesicht und warf ihm schließlich jenes Gewehr zu, welches Jan vor seiner extra für ihn ausgesprachten Schießscharte hatte bisher unbenutzt hatte liegen lassen, denn die Flinte war nicht einmal entsichert. Der Gewehrkolben schlug trocken gegen seine linke Kniescheibe. Der kurze und nach all den seelischen Schmerzen erstmals körperliche Schmerz schien ihm gut mitzutun, denn er fasste das Gewehr, wollte erschrecken, als er die Kälte der Metallteile in den Fingern und gleich darauf im Blut hatte, kroch dann jedoch vom Kobieler halb fluchend, halb zuredend angefeuert auf eine Schießscharte zu. Mein mutmaßlicher Vater hatte eine solch genaue und bei all seiner weichüppigen Fantasie realistische Vorstellung vom Krieg, dass es ihm schwer fiel, ja unmöglich war, aus mangelnder Einbildungskraft mutig zu sein. Ohne, dass er sein Schussfeld durch die ihm zugewiesene Schießscharte wahrgenommen und ein lohnendes Ziel suchend abgetastet hätte, schoss er, das Gewehr schräg, weit von sich und über die Dächer der Häuser am Heveliusplatz richtend, schnell und blindlingsballernd sein Magazin leer, um sich abermals und mit ledigen Händen hinter den Sandsäcken zu verkriechen. Jener um Nachsicht bittende Blick, den Jan dem Hausmeister aus seinem Versteck zuwarf, las sich wie das schmollend verlegene Schuldbekenntnis eines Schülers ab, der seine Aufgaben nicht gemacht hatte. Kopiella klappte mehrmals mit dem Unterkiefer, lachte dann laut wie unaufhörlich, brach beängstigend plötzlich das Gelächter ab und trat Brunski, der ja als Postsekretär sein Vorgesetzter war, drei oder viermal gegen das Schienbein, holte schon aus, wollte Jan seinen unförmigen Schnürschuh in die Seite knallen, ließ aber, als Maschinengewehrfeuer die restlichen oberen Scheiben des Kinderzimmers abzählte und die Decke aufraute, den orthopädischen Schuh sinken, warf sich hinter sein Gewehr und gab mürrisch und hastig, als wollte er die mit Jahren verlorene Zeit einholen, Schuss auf Schuss ab, was alles dem Munitionsverbrauch während des Zweiten Weltkrieges zuzuzählen ist. Hatte der Hausmeister mich nicht bemerkt, er, der sonst so streng und unnahbar sein konnte, wie nur Kriegsinvaliden einen gewissen respektvollen Abstand herausfordern können, ließ mich in dieser windigen Bude, deren Luft bleihaltig war. Dachte Kobiela etwa, das ist ein Kinderzimmer, folglich darf Oskar hierbleiben und während der Gefechtspausen spielen? Ich weiß nicht, wie lange wir so lagen, ich zwischen Jan und der linken Zimmerwand, wir beide hinter den Sandsäcken, Kobiela hinter seinem Gewehr, für zwei schießend. Etwa gegen zehn Uhr ebte das Feuer ab, so still wurde es, dass ich Fliegenbrummen hörte, Stimmen und Kommandos vom Heveliusplatz her vernahm und der dumpf grollenden Arbeit der Linienschiffe im Hafenbecken zeitweilig Gehör schenkte. Ein Heidra bis wolkiger Septembertag, die Sonne pinselte Altgold, hauchdünn alles, empfindlich und dennoch schwerhörig. Es stand in den nächsten Tagen mein fünfzehnter Geburtstag bevor und ich wünschte mir wie jedes Jahr im September eine Blechtrommel, nichts geringeres als eine Blechtrommel. Auf alle Schätze dieser Welt verzichtend, richtete sich mein Sinne nur und unverrückbar auf eine Trommel aus aus weiß-rot gelacktem Blech. Jan rührte sich nicht. Kobiela schnaufte so gleichmäßig, dass Oskar schon annahm, er schlafe, nehme die kurze Kampfpause zum Anlass für ein Nickerchen, weil schließlich alle Menschen, selbst Helden, dann und wann eines erfrischenden Nickerchens bedürfen. Nur ich war hell, wach, mit aller Unerbittlichkeit meines Alters auf das Blech aus. Nicht etwa, dass mir erst jetzt während zunehmender Stille und absterbendem Gebrumm einer vom Sommer ermüdeten Fliege die Blechtrommel des jungen Natschalnik wieder in den Sinn gekommen wäre. Oskar hatte sich auch während des Gefechtes umtobt vom Kampflärm nicht aus dem Auge gelassen. Jetzt aber wollte sich mir jene Gelegenheit zeigen, die zu versäumen mir jeder Gedanke verbot. Oskar erhob sich langsam, bewegte sich leise, Glasscherben ausweichen, dennoch zielstrebig auf das Holzgestell mit dem Spielzeug zu, türmte in Gedanken aus einem Kinderstühlchen mit draufgestelltem Baukast schon ein Podest, das hoch und sicher genug gewesen wäre, ihn zum Besitzer einer funkelnagelneuen Blechtrommel zu machen. Da holte mich Kobielas Stimme und gleich darauf des Hausmeisters trockener Griff ein. Verzweifelt wies ich auf die so nahe Trommel. Kobiela zerrte mich zurück. Mit beiden Armen verlangte ich nach dem Blech. Der Invalide zögerte schon, wollte schon hochlangen, mich glücklich machen. Da griff Maschinengewehrfeuer ins Kinderzimmer, vor dem Portal detonierten Panzerabwehrgranaten, Kobiela schleuderte mich in die Ecke zu Jan Bronski, goss sich wieder hinter sein Gewehr und lud schon zum zweiten Mal durch, als ich noch immer mit den Augen bei der Blechtrommel war. Da lag Oskar und Jan Bronski, mein süßer blauäugiger Onkel, hob nicht einmal die Nase, als mich der Vogelkopf mit dem Klumpfuß und dem Wasserblick ohne Wimpernwuchs kurz vor dem Ziel beiseite in jene Ecke hinter die Sandsäcke wischte. Nicht etwa, dass Oskar weinte. Wut vermehrte sich in mir. Fette, weiß-bläuliche, augenlose Maden vervielfältigten sich, suchten nach einem lohnenden Kadaver. Was ging mich Polen an? Was war das, Polen? Die hatten doch ihre Kavallerie. Sollten die reiten? Die küßten den Damen die Hände und merkten immer zu spät, dass sie nicht einer Dame die müden Finger, sondern einer Feldhaubitze ungeschminkte Mündung geküsst hatten. Und dann lud sie sich schon, die Jungfrau aus dem Geschlecht der Krupp. Da schnalzte sie mit den Lippen, imitierte schlecht und doch echt Schlacht Geräusche, wie sie in Wochenschauen zu hören sind, pfefferte ungenießbare Knallbonbons gegen das Hauptportal der Post, wollte die Bresche schlagen und schlug die Bresche und wollte durch die aufgerissene Schalterhalle hindurch das Treppenhaus anknabbern, damit keiner mehr rauf, keiner runter konnte. Und ihr Gefolge hinter den Maschinengewehren, auch die in den eleganten Panzerspehwagen, die so hübsche Namen wie Ostmark und Sudetenland draufgepinselt trugen, die konnten nicht genug bekommen, fuhren ratternd, gepanzert und spähend vor der Post auf und ab, zwei junge, bildungsbeflissene Damen, die ein Schloss besichtigen wollten, aber das Schloss hatte noch geschlossen. Das steigerte die Ungeduld der verwöhnten, immer einlassbegehrenden, schönen und zwang sie Blicke, bleigraue, durchdringliche Blicke vom selben Kaliber in alle einsehbaren Gemächer des Schlosses zu werfen, damit es den Kastellanen heiß, kalt und eng wurde. Gerade rollte der eine Panzerspehwagen, ich glaube, es war die Ostmark, von der Rittergasse kommend wieder auf die Post zu, da schob Jan, mein seit geraumer Zeit wie lebloser Onkel, sein rechtes Bein gegen die Schießscharte, hob es in der Hoffnung ein Panzerwagen, erspähe es, beschieße es, oder es erbarme sich ein verirrtes Geschoss, streife seine Wade oder Hacke und füge ihm jene Verletzung zu, die dem Soldaten den übertrieben gehumpelten Rückzug gestattet. Es mochte diese Beinstellung dem Jan Bronski auf die Dauer anstrengend sein. Er musste sie von Zeit zu Zeit aufgeben, Erst als er sich auf den Rücken drehte, fand er das Bein mit beiden Händen in der Kniekehle Stützen Kraft genug, um Wade und Hacke andauernder und mit mehr Aussicht auf Erfolg den streunenden und gezielten Geschossen anzubieten. So groß mein Verständnis für Jan war und heute noch ist, begriff ich doch die Wut des Kopiella als jener seinen Vorgesetzten, den Postsekretär Bronski in solch jämmerlicher und verzweifelter Haltung sah. Mit einem Sprung war der Hausmeister hoch, mit dem zweiten bei uns über uns, packte schon zu, fasste Jans Stoff und mit dem Stoff Jan, hob das Bündel, schmetterte es zurück, hatte es wieder im Griff, ließ den Stoff krachen, schlug links, hielt rechts, holte rechts aus, ließ links fallen, erwischte noch rechts im Fluge und wollte mit links und rechts gleichzeitig die große Faust machen, wie dann zum großen Schlag losschicken, Jan Bronski, meinen Onkel, Oskars mutmaßlichen Vater treffen, da klirrte es, wie vielleicht Engel zur Ehre Gottes klirren, da sank es, wie im Radio der Äther singt, da traf es nicht den Bronski, da traf es Kobiela, da hatte sich eine Granate, einen Riesenspaß erlaubt, da lachten Ziekel sich zu Splitt, Scherben zu Staub, Putz wurde Mehl, Holz fand sein Beil, da hüpfte das ganze komische Kinderzimmer auf einem Bein, da platzten die Käthe Kruse Puppen, da ging das Schaukelpferd durch und hätte so gerne einen Reiter zum Abwerfen gehabt, da ergaben sich Fehlkonstruktionen im Merlin-Baukasten und die polnischen Ulanen besetzten alle vier Zimmerecken gleichzeitig, da warf es endlich das Gestell mit dem Spielzeug um und das Glockenspiel läutete Ostern ein, auf schrie die Zieharmoniker die Trompete mag wem was geblasen haben alles gab gleichzeitig Ton an ein probendes Orchester das schrie platzte wierte läutete zerschellte barst knirschte kreischte zirrpte ganz hoch und grub doch tief unten Fundamente aus mir aber der ich mich wie es zu einem Dreijährigen passte während des Granateinschlages im Schutzengelwinkel des Kinderzimmers dicht unterm Fenster befunden hatte mir fiel das Blech zu die Trommel zu und sie hatte nur wenige Sprünge im Lack und gar kein einziges Loch Oskars neue Blechtrommel als ich von meinem frisch gewonnenen sozusagen haste nicht gesehen direkt vor die Füße gerollten Besitz aufblickte sah ich mich gezwungen Jan Bronski zu helfen es wollte ihm nicht gelingen den schweren Körper des Hausmeisters von sich zu wälzen zuerst nahm ich an es hätte auch Jan getroffen denn er wimmerte sehr natürlich schließlich als wir den Korbieller der genauso natürlich stöhnte zur Seite gerollt hatten erwies sich der Schaden an Jans Körper als unbeträchtlich Glassplitter hatten ihm lediglich die rechte Wange und den einen Handrücken geritzt ein schneller Vergleich erlaubte mir festzustellen dass mein mutmaßlicher Vater helleres Blut als der Hausmeister hatte dem es die Hosenbeine in Höhe der Oberschenkel saftig und dunkel färbte wer allerdings dem Jan das elegante graue Jackett zerrissen und umgestülpt hatte ließ sich nicht mehr in Erfahrung bringen war es Kopiella oder die Granate es fetzte ihm übel von den Schultern hatte das Futter gelöst die Knöpfe befreit die Nähte gespalten und die Taschen geteert ich bitte um Nachsicht für meinen armen Jan Bronski der zuerst alles wieder zusammen kratzte was ihm ein grobes Unwetter aus den Taschen geschüttelt hatte bevor er mit meiner Hilfe den Kopiella aus dem Kinderzimmer schleppte seinen Kamm fand er wieder die Fotos seiner Lieben es war auch ein Brustbild meiner armen Mama dabei seine Geldbörse hatte sich nicht einmal geöffnet mühsam alleine und auch nicht ungefährlich da es die schützenden Sandsäcke zum Teil weggefegt hatte war es für ihn die weit im Zimmer zerstreuten Skatkarten einzusammeln denn er wollte alle 32 haben und als er die 32 nicht fand war er unglücklich und als Oskar sie fand zwischen zwei wüsten Puppenstuben fand und ihm reichte lächelte er obgleich es Pik 7 war als wir den Kopiella aus dem Kinderzimmer geschleppt und endlich auf dem Korridor hatten fand der Hausmeister die Kraft für einige Jan Bronski verständliche Worte ist noch alles dran besorgte sich der Invalide Jan griff ihm in die Hose zwischen die Altmännerbeine hatte den Griff voll und nickte dem Kopiella zu wie waren wir alle glücklich Kopiella hatte seinen Stolz behalten dürfen Jan Bronski hatte alle 32 Skatkarten inklusive Pik 7 wiedergefunden Oskar aber hatte eine neue Blechtrommel die ihm bei jedem Schritt gegen das Knie schlug während der durch den Blutverlust geschwächte Hausmeister von Jan und einem den Jan Viktor nannte eine Etage tiefer in den Lagerraum für Briefsendungen transportiert wurde von Jan von Jan von Vielen Dank.